Ach, der soll noch essen und so. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, hau ruhig gegen die Tür, du verdammtes Mistvieh. Weißt du denn noch, wo wir waren und wo wir noch nicht waren? Ich überlege ja jetzt gerade mal. Weil nämlich, ich hab irgendwo ein zweites Zwischenlager gemacht und da waren auch Miengänge und alles. Ach da, ja, da hat kein Fall. Ja, das Problem ist... Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich meine, das wäre hier oben irgendwo gewesen. Äh, okay. Naja, ist ja schon ein bisschen her, ne? Bisschen. Ah, das hier sieht gut aus. Ja, wir müssen hier oben lang. Also, ich komm sofort wieder in den... Neta... Ich hab das nämlich... In den Neta, Peter. Jep. Jep. Ok, 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 I coming! Ich geh erstmal rechts. Nee, du warst glaube ich... Ja, rechts. Da hatten wir doch, äh... in zwei verschiedene... Richtungen gefahren. Ja. Wer guckt, wer als erstes irgendwo auskommt? Ich lauf wieder ungefähr in die Richtung, wo ich gerade wusste, damit ich dich wiederfinde, damit du nachher noch wieder mit mir zurück kannst. Oder hast du dir die Koordinaten aufgeschrieben? Hm... Nee, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich noch weiß, welche Koordinaten es waren. Hm. Das heißt, irgendwo hier ist auch mein zweites, äh... Lager. Oh fuck, jetzt hab ich den Fehler ein zweites Mal gemacht. Kein Feil und Bogen. Ah, Scheiß drauf. Hier. Ist doch hier. Ja. Nee, das ist das nicht. Ich hab ein richtiges zweites Lager. Achso. Oder Jakob. Jetzt muss ich aber selber erstmal wieder zurückkommen, dahin, wo wir vorhin waren. Nein, da ist aber alles. Wo du abgenippelt bist. Ja, ich bin grad auf dem Weg dahin, also... Ich kann dich ja noch ein bisschen was retten. Ich bin mir jetzt so... Ah, da ist deine Kiste, Anne, hier oben, die kleine einzelne da. Ja. Ah, stopp. Ah, ich wiederfalle. Befuck. Ja. Das müsste doch hier gewesen sein, ne? Hm... Hier runter. Das sind mir ja schon so viele... Ernsthaft. Ich wundere mich gerade, wieso ich keine Waypoints auf meiner Minimap hab. Ja. Wir spielen ja jetzt auf einem neuen Server. Nein! Ich krieg die Crease. Ich hab auch keine mehr. Also, ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie noch rauskommen. Jaja, hier rausfinden tun wir schon wieder. Ach, hier war das Bedrock. Alter. Alter. Alter Vater, ey. Ich hab einfach zu lange nicht gespielt. Wo bist denn du? Äh... Nein. Ich bleib mal einfach hier stehen, wo ich bin. Ich bin bei den Kisten übrigens. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, ich hab dich gesehen. Ich hab mich schon... Ich hab mich schon verlaufen. Es kann ja noch was geben. Soll ich die Koordinaten durchgeben? Ah! Ich würd sagen, wir gehen einfach mal in die Richtung hierhin. Nee, aber ich hab Quarts gefunden. Jetzt set. Oh, 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 oh! Oh, 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 du bist wie... Oh Gott. Oh Gott. Hier, die Menge Quarts gefunden. Alter Vater. ich bin bei 282 ich kann jetzt gerade nicht fahren ich war mir noch nicht ich war mir die habe ich dir das weg gesnackt einfach alles klar hier kann man nicht weiter so hau noch mal raus wo bist du 301 und 225 nein ich hab 301 hast du deine mit oder was aber war die zweite koordinate 225 hast du auch schon diamanten gesammelt aber nett dass ihr für mich mitsammelt hast du jetzt welche an oder nicht ich habe 18 stück jetzt das hat sich doch schon mal gelohnt für uns auf jeden fall du hast eine gute spitzacke danke sehr lohnt sich glück oder was klar die aufnahme läuft auch nicht dass das gleich wieder alles für den arsch ist oh scheiße die festplatte ist voll ja das ist bei dir ist es ja nicht ja hier waren wir in der tat noch nicht ich war mir quatsch ich würde ja auch derbs dabei helfen aber du hast noch derbs viel weg vor mir vor dir oder geht so aber brenne ich habe aufgehört zu wollen also ich bin immer noch auf der ebene wo wir gerade waren ich baue da nur von da ausgehend überall sachen ab die frage ist wie ich wieder zu dir hochkomme ich bin nämlich ziemlich weit wo ist denn das hier das geht aber ah hier haben wir uns schon mal hochgebaut das kann ich dir nicht sagen ich weiß auf jeden fall das hier verdammte scheiß was denn hier los ich meine herren ist hier viel von neben euch was willst du mitbringen wo seid ihr denn immer noch im netter ja ich habe hier eine wiese voller netter quats gefunden da fällt zwar immer nur so ein so ein crystal crystal meth ähnliches zeug raus aber ok aber ich habe gerade auch welches gefunden was crystal meth ich mache mir schon sorgen ja minecraft kannst du nicht ist der neue mod der junkie mod gott du hast ja weil ich mit deiner glücksspitz hacke so normal auch rum oder ja also ich versuche eher weniger aber was man dem karten ist mitband wird so viel kies da bist du doch da hinten oh nein jetzt bin ich doch untergefallen du bist irgendwo bei mir ich werde ich laufen wollen wir die roten pilze auch mitnehmen wir waren wir auf jeden fall noch nicht jedenfalls macht das sinn wir nehmen wir die roten pilze auch mit aber es ist nämlich recht nahhaft ja crystal meth pilze alles magic mushrooms ja küsse ich habe gerade dieses komische geräusch gehört ich habe gerade dieses komische geräusch gehört ich habe jetzt aber verdreckst viel von dem zeug ja das ist wie eine wiese vielleicht ist das auch nur so abhängig wo das und ich keine ahnung also viel gerade im wiki stand dass das so wie kohle ist also in so flözen ich meine das sieht man ja auch und dann halt auch so entsprechend verteilt dann auch so häufig vorkommt wie kohle das ist ja natürlich schon weil hier hinten warst du schon ne ja nicht ganz doch wo das in einem moment ist es mich ja neben mir das in einem anderen moment ist er schon wieder ganz woanders GANZ woanders Scheißgast hier fliegt wieder einer rum ich hoffe nur dass der mich nicht sieht Kohle ist ja nicht so dass ich schon genug kohle hätte und nachdem ich lukas seine kisten gerade geräumt habe habe ich sogar noch mehr ja ist ja alles für dich behalten ne was jetzt wieder alles für dich teilst du nicht auf ne also niemals Micha da ist ja doch ah wir sind wieder an den truhen das ist schon mal gut dann bring ich die diamanten gleich mal in sicherheit also ich ich hau jetzt zwei eisenspitzhacken weg für das zeug dann brauche ich so schnell nicht mehr hier rein ich komm deinen namen sehen du also wir kommen hier noch sehr viel weiter werden wir sehen denn fast 500 meter vom der portale entfernt ah ich mach das äh schmerzen bis zwei von der portale teile ich brauch ne neue axt mach das ich guck mal wo es hier zu meinem anderen dings hin geht warte mal was ist doch Kohle oder ich sollte mal was essen kannst du mal eine Kohle geben äh ja da ich hab auch noch das falsche zu fressen mitgenommen ich hab so dämliche melonen mitgenommen aber ich bin jetzt schon wieder level 23 nur für den zeug gefahren ja ich bin auch 24 25 das war die erste spitzhacke ich hab noch zombie direkt neben mir ich glaub ich war hier schon mal mit fabian sag bescheid wenn ihr da fertig bist dann komm ich wieder zurück ja ja kannst schon mal zu ja uh dann leuchte ich hier eben noch aus ach toll keine Fackel mehr super ja aber ich find das cool dass die jetzt wieder was neues im nether eingebaut haben es lohnt sich sich wieder da rein zu gehen und wie braucht man das zeug denn überhaupt du kannst ne geile äh Säulen mitmachen und äh das sieht auch geil aus ja ja ich stirb ich stirb so und zum eisen äh lichtdetektoren kannst du damit auch machen ja ja lichtdetektoren ja na toll jetzt hab ich nur noch meine dia spitzhacke ja ich hab noch mal ich glaub nicht dass ich noch nicht so bin auf dem rückweg ja jetzt häng ich hier drinnen fest so schlag mich drauf oh Gott 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 äh äh ja was hast du denn gemacht? also da unten ist noch mehr meiner herr ist hier viel du hast du fackeln jetzt? oder? äh weiß ich nicht ich hatte mehr welche gemacht kann sein dass ich jetzt noch mehr hab mhm mhm nun dann eben haben wir kein bisschen was gefunden ne und hier ist ja jetzt hier satt und genug das ist scheiße dass ich nicht mehr weiß wo lange ich letztes mal gegangen bin mhm wie viel hast du schon Patrick? Moment ich muss gleich gucken aber da hinten ist es noch dunkel ne micha hier ist noch Eisen hier ist noch Kohle ich hab drei Stacks und sieben naja können wir noch ein bisschen holen und ich noch voll hier als wir jetzt noch ein bisschen mehr Durchblick sorgen leck mich doch Alter wir sind so tief unten und wie laut das Gewitter ist ist ja der Hammer ja ne und wer seid ihr denn? 15 lol ich bin 22 ich glaub dir doch keiner dass du 22 bist der Höhe 22 hat er nicht verstanden ne macht den ganz gut ich glaube ja dass er das verstanden hat sonst hätte er nämlich das mit der Höhe nicht so betont genau genau einfach mal genau sagen du weißt ja gar nicht worum es geht und dann auch noch lachen tja sind die richtigen was? was? oh da oben ist die rote Armee Fraktion ja unten ist alles rot ich mein die komischen kommunistischen Pilze ich bin 23 es ist eine